Irgendwann zahlen Sie die Rechnung, wenn nicht in einem Gerichtssaal, dann am Markt. Nehmen wir mal 10 Millionen Leute würden 1000 Euro bekommen, dann sind das 10 Milliarden Euro. Ist richtig gerechnet, ja. Und 10 Milliarden Euro in der jetzigen VW-Situation könnte heißen, der Konzern gerät ins Straucheln. Wollen Sie das? Ja, wir wollen das überhaupt nicht. Und ich stelle die Gegenfrage, was passiert, wenn die 10 Millionen zu Gericht gehen? Wenn Sie zu Gericht gehen und in einem Verfahren, wo der Gegner bereits zugestanden hat, einen Betrogen zu haben, wo die vertraglichen Zusagen nicht eingehalten wurden, dann habe ich nicht 10 Millionen mal 1000, dann habe ich 10 Millionen vielleicht mal 10.000 oder vielleicht mal 20.000 Euro. Was passiert, wenn das 10 Millionen mal passiert? Dann wird es VW nicht mehr geben.